Ahoi Kameraden und da sind wir wieder bei Let's Play Super Metroid mit Super Yopa, mit der Michi und ich bin die Steffi. Ja, das letzte Mal haben wir Ridley besiegt in Norfair und jetzt sind wir wieder in Brunster. Und heute möchten wir gleich am Anfang des Parts Nummer 17 bereits schon noch diesen aufzuhören zu zeigen. Den haben wir ja einmal ausgelassen, jetzt zeigen wir euch mal noch schnell. Genau, hier haben wir nämlich da in dem Teil von Brunster nämlich die erste Powerbomb erhalten. Ganz genau, das sind wir genau. Und jetzt müssen wir eh wieder zurück nach Kateria um die letzten Items einzusammeln. Und da bietet sich dieser Platz eigentlich ganz super als Startplatz. So, und wir sind bereits in Kateria und wir waren bereits ganz fleißig und haben alle Missiles, Super Missiles und Powerbomb eingesammelt, die wir bereits haben können. Und da sieht man eben schon, also Super Missile haben wir bereits alle. Bei Missile fehlen uns noch zwei Container, bei Powerbomb fehlt uns noch einer. Und ein Energiecontainer fehlt uns noch und die holen wir uns hier eben noch schnell. Da haben wir eben diesen Screw Attack gebraucht, um das alles noch zu bekommen. Nein, das stimmt doch gar nicht. Was? Du brauchst den Space Jump unbedingt. Ach stimmt, ja. Ach stimmt, okay. Und nach rechts. Das Gutschungs-Undwetter zieht sich zu. Auf Zebes. Und wenn wir eben jetzt alle Items gesammelt haben, dann gehen wir jetzt endlich dann noch dahin, wo es noch was fehlt, zu diesem geheimen Ort. Wir müssen ja das Baby Metroid finden. Genau, und das Retten von Readly. Der Readly ist besiegt. Und wir haben den letzten Powerbomb-Container. Yeah! 255. So, und jetzt gehen wir noch zu einem etwas gut versteckten Ort, aber wir waren da schon mal. Also Michi und ich, wir haben es ja schon mal einmal hundertprozentig gespielt, haben wir euch ja schon erzählt und darum wissen wir auch, wer es ist. Und ein Supersprung. Geht nicht. Und dann, wir finden jetzt nämlich irgendwo dieser Geheimie-Eier in dieser Wand. Ja, genau hier. Ach hier, okay. Und da kann man eben, man kann da auch eine Powerbombe hinlegen, dass man da hinkommt, aber es ist ziemlich aufwendig und man findet auch ziemlich viel Energie. Aber ich habe es mal für euch getestet und es hat auch funktioniert. Ja, sieht ja unser besserer Freund, dieser Greifer. Ja, und hier ist eben eine Säure. Und ja, eben diese Wand, die kommen ja auch schon aus den Tiefen von Norfolk und diese Säulen. Also diese inschabröne Säulen, wenn man einfach so zerstören kann. Und hier ist er, der Säle-Gitan. Yeah. Yeah. Es war ja cool, in dem Part, da holen wir uns jetzt alles, was uns noch fehlt. Ja, weil die anderen beiden sind auf ganzem Ende. So, ums ich jetzt hin, ums ich nach unten, ich muss nach unten. Ja. So, ich kriege jetzt mit Absicht keine Powerbombe. Ich will euch dann zeigen, dass wir alles komplett haben. Autsch, muss ich ja fast leiden. Ist auch wieder alles. Und ich seh, hier kommen sogar noch so viele Spitzen da an der Decke dazu. Komm schon, Samus. Das ist schon wieder... Oh, das muss eigentlich die Säule kaputt gemacht werden. Komm schon, Action Samus. Dann rolle ich mich wieder durch und... ...durch eine Bombe. Und das ist wieder dieser Jungbrunne, wie wir immer genannt haben. Okay, und jetzt geht's gleich abwärts. Dann holen wir uns die beiden letzten Sekunden hin. Ist aber gar nicht so leicht zu bekommen. Nee, wie seht ihr das? Hier ist der ganze Boden stabil. Kann ich da jetzt durchschießen oder nicht? Nein, du kommst da nicht durch. Wir müssen da nochmal hängen. Schade. Ah ja, hier. Geht leider nicht. Und jetzt kommen wir eben auch wieder an einer ganz bekannten Stelle raus. Wobei schon bereits im Part... ...zübzübzüb. Ja, ja, knapp. Ja, genau. Aber ein paar rum mehr. Und hier genau. Wir machen einen kurzen kleinen Schnitt, weil wir müssen nochmal auf die andere Seite. Wir sehen uns dann gleich, wenn der einen Raum muss bergab geht. Bis gleich. Und da sind wir wieder, Leute. Wieder am Jungbrunnen. Jetzt müssen wir diesmal auf die linke Seite kommen. Also müssen wir jetzt wieder ganz... ...also da außen rumlaufen, dann schneiden wir schneller. Ja, das kennt ihr ja schon sonst. Oh, wie schaff ich das. Oh, wie schaff ich das. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Leute, wir haben alles. Alles. Ja. Ne, eine Powerbomb fehlt uns. Das stimmt. Aber die holen wir uns einfach von den kleinen Tieren da unten. Ja, von diesen kleinen... ...äh... ...äh... ...wie die immer noch heißen, ich weiß nicht. Äh, kleine... ...die uns halt immer genervt haben, geht ja auch schon da. Ja, jetzt haben wir alles. Aber wir haben alles. 230 Missile, 50 Supermissile und 50 Powerbomben. Und alle Gitarrens. Aber einer liegt voll. So, Mist. Aber es macht ja nichts. Ja, wir haben alles. 100%. Und jetzt... ...machen wir uns auf den Weg, das Baby zu retten. Denn, wie wir uns erinnern... ...war hier... ...also... ...gleich sind wir da. Da waren wir doch auch schon mal. Da haben wir doch diese... Soll ich schon sagen? Mhm. Die Statue, die sie, ne? Und jetzt müssen wir... Schaut euch die mal genau an. Erkennt ihr nämlich. Vier... Ja, ihr gesehen, die ihr bereits kennt. Die vier sind vier. Mhm. Und hier sind wir schon... Ich seh Great. Phantom in der Mitte. Rechts Dragon. Und auf dem Kopf von Phantom sind wir auch Ridley. Genau. Und weil wir die vier Endgegner jetzt eben aus den jeweiligen Sektoren besiegt haben... Ich weiß nicht, geht der Geist von der Statue verloren oder... Siehst du auch, dass das ist der Geist? Also auf jeden Fall... Das Auge springt es auf jeden Fall raus. Die Statue wird... Silber oder Grau. Und genau dieser Stein geht auch raus. Und irgendein Geist fliegt noch weg. Das sieht so komisch aus. Was wird jetzt passieren? Und die Erde weggehebt, Leute. Ah, die Höhle stützt ein! Mua! Ah! Ah! Ich hatte ihn verschwunden in den Boden. Als wir damals eben zum ersten Mal dauern, hat die Statue ja gar nichts gemacht. Ne, da schauen die auch was. Also man hätte auch schon früher hingehen können, dann wäre halt immer bloß... ...einer immer wieder... ... kaputt gegangen. ... kaputt gegangen, sag ich mir ja noch. So, jetzt bricht der Boden zusammen. Die Statue steht unter Wasser. Und der letzte Aufzug tut sich auf und... ...wir betreten zusammen... ...das schöne Gebiet. Wir tauchen ab. Zum letzten Sektor auf Cebis. Das ist Sektor... ...Turiana. Den gibt es auch schon im Östen. Mit uns genau. Und wir hören schon so ein Blubberblasengeräusch. Und dieser schöne Ort haben eben nicht... ...wurde nämlich eben... ...wurde eben von den Schoßes erbaut. Denn hier in diesem wunderschönen Sektor... ... haben früher die Schoßes, sagen wir es so... ...das Ökosystem von Cebis... ...geleiten. Und das ist... ...kein Lava. Und hier sind wir eben... ...richtige Metroids. Genau, aber diese Metroids sind eben gezüchtet... ...oder geklobt... ...von den Baby-Metroids. Weil im ersten Teil waren dann hier diese... ...ähm... ...wie heißen die mal... ...Metroids genau... ...von den Metroid-Klaneter SRM. Genau, die waren original... ...und hier sind sie eben gezüchtet. Und das... ...lassen wir nicht los. Das ist auch der einzigste Ort auf Cebis, wo es eben die Metroids gibt. Genau. Krass, wie stark der ist. Lassen wir mal los. Und diese Metroids kann man eben nur besiegen mit Eis. Oh Leute, mein Handy geht. Wir machen kurz einen kleinen Schnitt darauf... ...und wir freuen, Anne. Bis gleich. Okay Leute, da sind wir wieder. Wir sind immer noch in Thurion... ...und... ...müssen eben... ...diese... ...Metroids besiegen... ...damit sich... ...die Tür öffnet. Schauen wir das so irgendwie sogar aus. Weil die sieht ja ganz anders aus. Ja. Und hier diese komischen... ...Runden-Boppel... ...Ringel-Dingel-Dinger... ...die... ...können eben so der Verteidigungsanlage von Thurion... ...Turion noch. Weil dieser Planeten... ...ääh... ...Planeten-Sektor ist nämlich... ...richtig gut... ...ääh... ...verteidigt, beschützt. Ja. Und ich persönlich finde auch das ist irgendwie der schwerste Sektor. Ich weiß nicht. Der ist eigentlich gar nicht so groß, aber hier gibt's in jedem Raum... ...oder fast immer, man wird's hier echt... ...Action pur. Mhm. Man hat sich da eigentlich angegriffen. Das heißt, mir war bewusst. ...und das ist ein doofel Geschoss, greift ich da an... ...und dann noch diese... ...daufe... ...da... ...ja, ich dachte okay. Man braucht immer noch 5 Mistels für so einen. ...Mit die Knutschke mit Metroys. Oh, ich will immer so viel Energie, die ich schon gezogen habe. Ja, du hast schon fast alle deine Hälfte von der Energie-Technik verloren. Aber kein Problem. Ich muss da mal ein bisschen zu... ...und ich gibt's hier eine... ...Auffüllstation. Tja. Man muss eben alle besiegen, um endlich weiterzukommen... ...und in den nächsten Raum. Erwartet uns! Wieder diese blöde Macaroni-Teile. Und Metroid! Macaroni, Macaroni. Eee, Macaroni. Oh, ich mache jetzt die Metroid-Teile über. Ich finde die Musik ja auch irgendwie komisch. Das ist so komisch, dass so Blasen... ...und so ein riesen Tier irgendwie im Bauch gelandet. Das ist schon hier. Das ist schon hier. Wie ihr sucht, dieses... ...Boar-Styler. Ja. Boar-Styler. Boar. Ich habe mal immer gelesen, dass er angeblich Gesteins messen darstellt, dass es kein Gestein hat. Oder? Vielleicht wünschen sie auch mal irgendwas auf, oder? Ja. Hallo. Kleines Menschheit. Wenigstens geben die Teilenergie zum Klick. Ja, zum Klick. Ja, zum Klick. Ja, zum Klick. Ja, zum Klick. Ach, Samus, komm her. Ich will deinen Kopf aus der Augen ein. Nee, der trisst. Trifft er mich auch noch? Oh, ne, 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 ne. Okay. Wie wird mal mit dem Menschheit wieder los? Was? Du musst einfach glatt auf die Idee gehen. Lassen wir uns endlich. Hallo. Oh, wenn das mal wirklich entklingt. Das ist aber eklig. Vor allem, dass es eigentlich nur so viel größer sein könnte. Viel größer? Schau mal, wie riesig das Teil ist, dass der Faust so gut zusammen ist. Stimmt eigentlich schon. Er hat wohl jemand gesagt, dass er mit einer Powerbomb ist. Aber das stimmt gar nichts. Das ist bei Metroid Prime, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Damals ist er bloß die Fläche ab hier irgendwie nicht. Zum Glück gibt's hier bloß diesen normalen Metro. Da gibt's noch den ganzen Spalt-Metroids. Und Jäger-Metroids und die ganzen süßen Dinger heißen. Oh, wir kommen in ein neues, kleines Gebiet. Ist aus wie Sand. Und das andere muss sich kümmern. Oh, ja. So, diese Side-Tripper. Boah, ich bediene mich nicht. Boah. Sauflauflauf. Schnell weiter. Das hört sich irgendwie Sandi aus. Oh, ein Parasitenwächter. Hä? Hä? Zerfällt zu Staub oder zu Sand? Was ist denn Metroid? Da war das ein Rottetil. Oh, das ist ein Rottetil. Oh, das ist ein Rottetil. Und diese komische Fledermaus-Boy. Oh. Und dann noch die Begle. Die zerfallen alle. Oh, das ist kein Rottetil. Oh, das ist kein Rottetil. Oh, das ist kein Rottetil. Der Zeithaber kommt. Oh, nein. Der kam ja ein bisschen. Was war das? Hast du was, Chefie? Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rein, weg. Kannst du hier wegrennen? Der hat die alle ausgefressen, ausgesaugt. Oh, schnell. Oh, schnell. Oh, schnell. Oh, Gott. Oh Gott. Was ist denn das für ein Riesentier? Oh, nimm mal das. Pass das! Lass mich los. Lass mich los. Ich bin heute gut. Leute. Darf mir vorstellen... Das ist unser süßes Baby mit Schweizer. Es hat eben gerade erkannt, dass... Die Mama Samus ist. Das Samus ist. Vom Schreiber das ist, dass es in das Geine ist. Mhm. Also, Adridly ist tatsächlich hierhergebracht. Nach... Diesem Schreck. Oh, wie schreit. Pile, Pile. Jetzt hat sie hier auch... Oh, schau mal, was hier ausgefressen ist. Sie hat ziemlich Hunger gehabt. Und wir stemmen eben auch gleich. Gerade im letzten Film, wir haben es gemacht, dass der Samus ist. Jetzt schieße ich erstmal das noch weg. Schön ein bisschen. Hier sind wir gleich im Missildepot. Und Energie. Krass. Praktisch, praktisch Leute. Und die Weltraumwiraten haben eben auch aus den Super Metroid, so heißt das Metroid in echt haben die nämlich die Metroid von hier nachgezüchtet. Und darum heißt das Spiel eben auch Super Metroid auch. Auch wegen bisschen Bibi und auch was auf dem Super Metroid hinabar. Und weil ich mich super ist. Nein, ich weiß wenigstens nicht. Okay. Ich würd sagen, zur nächsten Speyerstation gehen wir noch, dann können wir ja den Part beenden. Ganz genau. Und wir gehen immer weiter und weiter bis dahin. Weiter nach unten. Dann noch einmal das Siegel des Umhalts. Hm. Oh, ich pippe nur noch. Oh, mein Auge zu. So. Zwei Tentacke. Tschüsli. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich komm gleich zum letzten Endgegner. Ganz genau. So warte ich. Ich würd jetzt sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle von Part 7. Das waren Michi und Steffi, die von Super Metroid gespielt haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.